Mein Name ist Marc Gunaris von DEKRA SE Marketingabteil. DEKRA ist der Komplettdienstleister im Kfz-Gewerbe, insbesondere im Gebrauchtwagenhandel. Wir haben heute sämtliche Dienstleistungen rund um das Gebrauchtwagen-Business mit dabei, von der Fahrzeughereinnahme über eine Fahrzeugbewertung, das DEKRA Schadengutachten und nicht zuletzt unser Software-Tool, da reden wir vom DEKRA Professional. Das Besondere am DEKRA Professional ist, dass man die Prozesse im Gebrauchtwagen-Business sehr transparent darstellen kann. Wir haben heute das gesamte Portfolio zum Thema Gebrauchtwagen-Business mit dabei. Es geht um das Thema Fahrzeugbewertungen, Schadengutachten, Zustandsberichte und natürlich auch der DEKRA Professional. Gebrauchtwagen-Business mit dabei.